Das ist wirklich ein ganz neuer Blick auf den Quantensprung. Ein deutsches Forschungsteam hat jetzt ein atomares Quantenmikroskop entwickelt, das ultraschnelle Laserpulse mit der Auflösung eines Rastertunnelmikroskops kombiniert. So können erstmals die Bewegungen von Elektronen in einzelnen Molekülen sichtbar gemacht werden. Solch ein Quantenmikroskop eröffnet der Forschung ungeahnte Möglichkeiten. Kriegs um Science im Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Ein Mikroskop, das beim Quantensprung zusieht. Solch ein atomares Quantenmikroskop wurde nun in Stuttgart entwickelt. Es ist tatsächlich in der Lage, die Bewegung von Elektronen in Molekülen sichtbar zu machen. Und zwar zeitlich und räumlich hoch aufgelöst. Das ist eine echte Premiere, denn das atomare Quantenmikroskop ist weltweit einzigartig. Fachleute weltweit hoffen auf spektakuläre Einblicke in molekulare Prozesse, die bislang im Verborgenen geblieben sind. Wie wurde der Quantensprung im Film möglich und welche Forschungsbereiche könnten davon profitieren? Alle spannenden Informationen zu diesem Thema bekommt ihr jetzt hier von mir. Wie bewegen sich Elektronen in einem Molekül? Bislang war es der Fachwelt lediglich nur möglich, das Elektronenverhalten entweder zeitlich oder räumlich hoch aufgelöst abzubilden. Dabei ist das Verhalten von Elektronen super spannend und entscheidend für die gesamte Materie, die uns umgibt. Es bestimmt unter anderem die chemische Bindung, also den Zusammenhalt der kleinsten Teilchen in chemischen Stoffen. Außerdem beeinflusst das Elektronenverhalten die Eigenschaften von Stoffen und steckt hinter jeder elektronischen Anwendung ein entscheidendes Stichwort in diesem Zusammenhang, der Quantensprung. In der Fachsprache meint das die kleinstmögliche Änderung eines Energiezustandes in Atomen. Die Forschung muss die Elektrodynamik in Molekülen abbilden, um biologische Prozesse und technische Anwendungen im Detail verstehen zu können. Beispiele die pflanzliche Photosynthese oder aber die Entwicklung von neuartigen elektronischen Komponenten und Solarzellen. Doch bislang scheiterten die Fachleute an den Abbildungsmethoden, denn diese lieferten teilweise nur schwer reproduzierbare oder sogar widersprüchliche Ergebnisse. Das Problem, die bisherigen Methoden sind nicht in der Lage, die schnellen Elektronen abzubilden. Forschungsteams weltweit also waren gezwungen, Techniken anzuwenden, mit denen sich das Elektronenverhalten lediglich rekonstruieren ließ. Zudem war man bisher gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, entweder für sehr genau oder sehr schnell. Rastertunnel und Rasterkraftmikroskope sind zwar in der Lage, scharfe Bilder von Atomen und Molekülen zu liefern. Die Rastertunnel-Mikroskopie verfügt über ein Auflösungsvermögen von einem Zehntel-Pikometer, das entspricht einem Billionstel-Meter. Extrem scharfe Bilder von einzelnen Atomen, das ist das Ergebnis. Für die schnellen Elektronenbewegungen ist dieses Mikroskopie-Verfahren allerdings zu langsam. Anders dagegen optische Methoden, die auf ultraschnellen Laserpulsen basieren. Diese ermöglichen es tatsächlich, Bewegungen im Atosekundenbereich dingfest zu machen, um das zu verdeutlichen. Eine Atosekunde entspricht einer Milliardstel-Milliardstel-Sekunde. In solch einer Atosekunde ist ein Lichtstrahl gerade einmal in der Lage, ein Wassermolekül zu durchqueren. Typische Elektronendynamiken und Laserpulse liegen im Bereich einiger hundert Atosekunden. Dennoch haben auch die optischen Methoden mit ultraschnellen Laserpulsen einen enormen Nachteil. Als Ergebnisse kommen räumlich nur grob verwaschene Bilder heraus. Diese sind weit jenseits der atomaren Auflösung, die mit Rastertunnel-Mikroskopen möglich sind. Also total unscharf oder total verwaschen. Entweder ist der Raum nur undeutlich erfasst oder die Zeit. Beides ging bisher nicht gleichzeitig. Eine große Vision ist also, die beiden Verfahren zu kombinieren, um die jeweiligen Stärken auszuspielen und die jeweiligen Schwächen auszumerzen. Dazu sagt der Forscher Manisch-Garg vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. Wir haben schon seit einigen Jahren daran gearbeitet, diese beiden Techniken so zu verbinden, dass jede ihre Stärken ausspielen kann, ohne ihre Schwächen einzubringen. Dem Forschungsteam ist es jetzt tatsächlich gelungen, ein neues atomares Quantenmikroskop zu entwickeln, das weltweit einzigartig ist. Dieses kombiniert die Rastertunnel-Mikroskopie mit ultraschnellen Laserpulsen. So bekommt man quasi nicht nur einzelne Atome zu sehen, sondern kann diesen sogar bei ihrer Arbeit zu sehen. Das neue atomare Quantenmikroskop ist nämlich in der Lage, die Bewegung von Elektronen in einzelnen Molekülen sichtbar zu machen und das gleichzeitig zeitlich und räumlich hoch aufgelöst. Also nicht nur schnell, sondern auch sehr präzise. Die Aufnahmen offenbaren also, wie angeregte Elektronen zwischen orbitalen wechseln und das innerhalb von Femtosekundenbruchteilen. Ein Quantensprung im Film also. Gut für den Laien vielleicht nicht so einfach zu erkennen, doch für Menschen, die sich damit auskennen, ist das ein Quantensprung. In diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Doch wie kann das sein und wie ist diese Entwicklung gelungen? Moderne Lasertechnik wird dabei mit der Rastertunnel-Mikroskopie kombiniert. Die Mikroskop-Spitze wird atomgenau positioniert. Darauf werden dann die Atosekundenpulse gefeuert. So entsteht eine lokale Anregung, die eine Elektronenbewegung auslöst. Dadurch gibt es detektierbare Veränderungen des Tunnelstroms zwischen der Mikroskop-Spitze und des Materials. Bei einem Rastertunnel-Mikroskop fährt eine hauchfeine atomare dünne Spitze ganz knapp über eine leitende Oberfläche entlang. Elektronen können dann zwischen der Oberfläche und der Mikroskop-Spitze fließen. Der Grund dafür ist der sogenannte quantenphysikalische Tunnel-Effekt. Die Elektronen können den Weg von der Probe bis zur Spitze rechnerisch nicht überwinden. Doch der Tunnel-Effekt macht das quasi doch möglich und ein kleiner Strom ist zu messen. Ein Molekül kann somit schrittweise Atom für Atom abgerastert werden. Bei der neu entwickelten atomaren Mikroskopiertechnik wird der Tunnelstrom durch gezielte Anregung von Elektronen im Material mit der Hilfe von Laserpulsen moduliert. Dazu sagt einer der beteiligten Wissenschaftler Alberto Martin Jiménez. Das muss extrem schnell geschehen, da sonst etwa thermische Effekte zum Tragen kommen und die Messungen unmöglich machen. Notwendig dafür sind ultraschnelle Laserpulse im Atosekundenbereich. Doch dank der Lasertechnik, die in den vergangenen Jahren immer weiter optimiert wurde, konnten die passenden Pulse erzeugt werden. Das Mikroskop, das die Stuttgarter nun entwickelt haben, ist tatsächlich einzigartig. In ihrer aktuellen Studie berichten die Fachleute, wie sie die Elektronenbewegungen in Molekülen direkt beobachten konnten. Bei der neuen Technik werden in schneller Abfolge zwei minimal zeitversetzte Pulse mit exaktem zeitlichem Abstand hintereinander auf das Molekül geschossen. Dabei wird das abgerastert. Diese Prozedur wird mehrfach wiederholt und dabei der zeitliche Abstand zwischen den Pulsen variiert. So entsteht eine spannende Bildserie, die das Elektronenverhalten in dem untersuchten Molekül wiedergibt und das mit atomarer Genauigkeit. Die ultrakurzen Pulse regen die Elektronen im Molekül dabei zu sprüngen zwischen den verschiedenen Orbitalen an. Die schnellen Laserpulse liefern also die Informationen über die Elektronendynamik. Währenddessen rastert das Rastertunnelmikroskop das Molekül sehr präzise ab. Die räumliche Auflösung liegt bei diesem neuen Verfahren bei weniger als einem Nanometer, die zeitliche bei weniger als einer Femptosekunde. Der Wechsel der Orbitale, der Quantensprung, konnte also so quasi abgefilmt werden. Eine echte Premiere. Dazu schreibt das Forschungsteam, Damit konnten wir erstmals die Dynamik der Elektronen in Molekülen direkt abbilden, wie sie von einem Orbital zu einem anderen springen. Das neu entwickelte atomare Quantenmikroskop eröffnet der Forschung ganz neue Möglichkeiten, denn mit seiner Hilfe können nicht nur die Bewegungen von Elektronen in Supraleitern oder in biochemischen Molekülen verfolgt werden. Auch der Ladungstransfer bei chemischen Reaktionen wird so offenbar. Elektronen könnten also auf ihrem Weg durch Prozessoren und Computerchips verfolgt werden. Ladungsträger könnten so erheblich beschleunigt werden. Dazu sagt Klaus Kern, der Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. Mit ultrakurzen Lichtblitzen lässt sich die Frequenz mit der Elektronen schwingen vom Gigahertzbereich möglicherweise auf eine Milliardehertz-Petahertz steigern. Die Prozessortechnik könnte also um das Millionenfache beschleunigt werden, auch bei der biophysikalischen Reaktion oder auch für die Entwicklung von Solarzellen und Transistoren könnte ein solches Quantenmikroskop entscheidende neue Erkenntnisse liefern. Sensation der Quantenphysik? Sind Quantensprünge doch vorhersagbar? Anklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann, bleibt dran.